So, Hallöchen ihr Lieben, ich mache jetzt nochmal die Buchrezension vom letzten, dem vierten Band, Die letzte Wahrheit von Downcook. Ich habe vorher gestern das Video schon mal gemacht, aber da hat man den 3D-Druck noch ziemlich deutlich gehört. Darum mache ich es jetzt nochmal. Also in Version Take 1.0 habe ich jetzt auch noch die ersten 3 Bände vorher kurz vorgestellt. Es wäre jetzt sicher auch optimal, wenn ich das nochmal machen würde, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen zu lange. Und ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr so gut hin, wie beim ersten Mal. Darum rate ich euch einfach, dieses Mal werde ich dann in dem Fall zufolge auch nicht spoilern, dass ihr das googelt, selber herausfindet. Bei diesen Büchern ist es auch so, dass man schon definitiv theoretisch die Bücher nacheinander lesen sollte. Über diese ganzen vier Bücher gibt es auch noch einige Verknüpfungen, die dann später aufgelöst werden. Ja, das ist es jetzt mit der Kurzbe... mit der Rezension, was auch immer, die nicht mehr so gut ist wie die erste. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüssi.